Mein Name ist CreeperDarkos und ich lade Videos hoch. Ich bedanke mich für 350.000 Klicks auf YouTube. Ihr seid die Besten, ich bin stolz auf euch, denn ihr habt mir den Wunsch erfüllt. Und 350.000 Klicks, dank euch, vielen Dank. Herzlich Willkommen zum Vlog mit den 350.000 Klicks. Ja, wie schon gehört im kleinen Song jetzt, ich habe über 350.000 Klicks, vielen lieben Dank. Ich bin fassungslos. Ich finde es einfach nur wunderbar, wie ihr meine Videos bzw. mein Großprojekt CreeperDarkos auf YouTube unterstützt. Ich freue mich auch immer zu sehen, wie ihr meine Videos kommentiert und bewertet. Egal jetzt ob positiv oder negativ, ich finde es trotzdem gut, dass ihr überhaupt was bewertet oder kommentiert. Ich freue mich auch darüber, dass ihr meine Facebook-Fanpage so oft liked. Ich habe fast 600 Gefällt mir Angaben auf Facebook und ich hätte wirklich, ich schwör's, nie gedacht, dass ich nicht mal 500 Gefällt mir Angaben kriege. Ja, vielen lieben Dank dafür. Ihr könnt mir bei Twitter folgen, bei Instagram folgen, da habt ihr auch, also die meisten von euch, haben mich da auch abonniert. Ich werde trotzdem unten mal die sozialen Netzwerke posten, also die Links dazu, falls ihr mich jetzt erst abonniert habt und mich jetzt erst kennt. Die meisten kennen mich ja schon und das freut mich auch natürlich. Ja, ich werde jetzt nach diesem Vlog hier ein Bild in Facebook hochladen. Da seht ihr alle Zahlen, von welchen Ländern ich angeschaut werde. Klar, Deutschland ist Nummer 1, ich habe auch die meisten deutschen Abonnenten. Ich hätte dann noch eine Frage an euch. Ich habe das schon mal in einem alten Kanal gesagt, aber ich würde mal gern wissen, von welchem Ort, welcher Stadt oder welchem Dorf oder sogar welchem Land ihr mir, ihr meine Videos anguckt. Das würde mich mal, ja, sehr interessieren. Und nochmals vielen lieben Dank für über 350.000 Klicks auf YouTube. Das war der kleine Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal. Wünscht euch Küba Larkoz. Ich wünsche euch außerdem noch einen schönen Dienstag. Draußen ist wirklich wunderschönes Wetter. Ja, wie gesagt, vielen lieben Dank dafür, dass ihr meine Videos so schön unterstützt, dass ihr sie anschaut. Und jo, das war's. Bis zum nächsten Mal, euer Küba Larkoz. Vielen lieben Dank und tschüss.